Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen kleinen Stream-Ankündigung und zwar sieht es ja so aus, dass das Ganze hier mit dem ganzen Streamern so endlich wieder ein bisschen besser klappt und deswegen möchte ich jetzt hier an dieser Stelle sagen, ja Leute es wird wieder soweit sein, wir werden am nächsten Sonntag, also für mich ist es jetzt der nächste Sonntag, für euch ist es wahrscheinlich heute Abend um zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr starten wir mit dem einem wunderschönen Duell-Stream wieder. Ich werde wieder für jeden so circa drei Duelle annehmen, aber es wird natürlich so sein, dass dadurch, dass halt alle immer wollen theoretisch, werde ich halt einfach ein paar Leute annehmen, die halt möglich sind und immer mal wieder auch durchwechseln, das heißt ihr werdet nicht eure drei Spiele direkt hintereinander kriegen, es kann auch mal sein, dass ihr euch zwischendrin ablehnt, weil ihr vielleicht schon zwei habt und eine andere noch gar nicht und so werden wir das auf jeden Fall geregelt kriegen liebe Leute. Ich hoffe ihr seid damit einverstanden, es tut mir nochmal leid wegen letzter Woche, ich weiß nicht was da mit meinem Internet los war, ich hoffe, dass es diesen Sonntag anders sein wird, dass da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, vielleicht zwei Millionen Menschen weniger vielleicht im Internet sind. Ähm, und ja, ich freue mich tierisch drauf auf heute Abend, zwischen 20 und 20.30 Uhr geht's los und ich hoffe ihr seid mit dabei und dann hätte ich mal gesagt, liebe Leute, haut rein, bereitet eure Decks vor und bis denn dann, Türolü! Türolü!